So, guten Morgen, Freunde draußen, wo immer ihr seid. Heute wieder mal zu einem Notprogramm, beziehungsweise, nein, es ist kein Notprogramm, es ist irgendwie schon wieder hier mit Kamera und Laptop und hin und her, egal. Heute in ein bisschen einer ungewohnten Umgebung, wieder zum Album der Woche, begrüße ich euch natürlich, das soll jetzt das Problem irgendwie nicht sein. Und heute geht es um diese Jungs hier, um diese Scheibe, Lord Mountain mit The Oath. Ich habe mich jetzt hier wieder mal für die Vinyl-Ausgabe von Cosmic Artefacts am 20. Januar 2023 auf Cosmic Artefacts erschienen. Ganz normal, Black. Das hat auch wieder einen Grund. Ich habe natürlich wieder, wie immer, nach der CD geschaut und die gibt es auch auf Bandcamp. Aber bei Cosmic Artefacts gibt es nur die Vinyl, also im Moment nur die Vinyl. Und die CD, die hätte ich mir dann direkt bestellen können. Und wie das halt meistens so ist, da zahlst du, keine Ahnung, 14 Euro für eine CD. Und ja, die Shipping-Kosten, also das, was die Post verlangt, das ist dann doppelt so hoch, 32 Euro. Oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da verzichte ich dann natürlich auch, auch ich verzichte dann in diesem Fall auf die CD und kaufe mir lieber die Vinyl. Und heute ist es so, dass wir über Doom reden. Und wenn wir über Doom reden, dann ist es immer ein bisschen problematisch, weil da ploppt in jedem Hirn, bei jedem Hörer irgendwie eine andere Assoziation auf. Es gibt den klassischen Doom, den traditionellen Doom aller, oder beziehungsweise den Epic-Doom wie Candlemas. Andere denken an den Stoner-Doom. Der Doom sagt eigentlich erst mal gar nichts aus. Und ich habe einen Podcast gemacht über, was der Doom ist und was er kann oder was er macht. Und da habe ich auch schon darüber gesprochen, dass Doom nicht einfach nur eine Geschwindigkeitsangabe ist, sondern dass da eben viel, viel mehr dazu gehört. Und heute ist es jetzt mal so. Kleine, kleine Anekdote am Rande. Als Allgäu-Doom 2019 auf Sendung ging, da haben sich einige Kommentatoren und einige Leute gefreut, dass es endlich einen Doom-Sender auf YouTube gibt. Und das musste ich dann erst mal ein bisschen relativieren, dass es hier eben nicht, dass Allgäu-Doom nicht bedeutet, dass es hier rein um den Doom geht, obwohl wir hier ziemlich viele Klassiker schon besprochen haben. Und genau in diese Kerbe schlägt Lord Mountain. Es ist Doom in, klar, das Black Sabbath-Grundgerüst ist beim klassischen Doom bei jeder Band vorhanden. Aber das ist kein Black Sabbath-Warshipping, sondern das geht eher in Richtung Pentagram, Pagan Altar, Witchfind, Fullmoon. Diese Dinge, die wir hier auch schon besprochen haben. Early New Wave of British Heavy Metal ein bisschen tragender dargeboten. Die Texte sind dann eben auch mit dem Schwert in der Hand sozusagen ein bisschen Conan-lastig hier und da, aber auch ein bisschen aus der nordischen Mythologie. Zum Beispiel gleich der Opener, Well of Fates. Da geht es um die Nornen, die das Schicksal ja weben für die Menschen. Das ist aus der Äther, aus der nordischen Mythologie. Und dann trifft es manchmal ein bisschen eben in diese Conan-lastige Swart and Sorcery-Welt ab. Lyrisch das Konzept. Und hier, die Jungs bestehen aus Jesse Swanson, der spielt Gitarre und singt. Dann haben wir den Sean Serrano, der spielt Gitarre, Andy Chisholm am Bass und Pat Moore an den Trams. Und gerade dieser Jesse Swanson, der hier singt, der ist kein Ossi Osborne-Imitar. Das gab ja mal eine Zeit, gerade in den 2000ern, Mitte der 2000er, wo ziemlich viele Bands wie Iron Man, Shevy, Internal Void, nein, Internal Void jetzt eher weniger, aber es gab eben Bands, die immer versucht haben, diese Ossi-Stimme, Ossi Osborne, zu imitieren, weil er eben als diese, im klassischen Bereich, als die Doom-Stimme schlechthin gilt. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Jesse Swanson hat in eher zurückgenommenen, ja, das passt eben zum Doom, er hat eben nicht dieses Theatralische, was dann im Epic-Doom manchmal auch sehr, sehr, ja, man muss es mögen, dieses Theatralische, dieses fette Voice, er hat hier das Zurückgenommene, auch nicht so wie Pentagram und eben auch nicht so wie Ossi, sondern er ist ein Sänger, der präsent ist, also der die Vocals bedient, aber er bedient sie nicht so, wie man immer so schön sagt, wenn er Sänger zum Instrument wird. Das passt hier sehr schön in diesen, ja, dicken Sound, der aber auch wieder nicht zu dick ist, also nicht irgendwie im Stoner-Bereich wildert, sondern das ist wirklich klassischer, klassischer Doom. Wie gesagt, so Pentagram, die Schiene, so späte 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wo der Doom eben nicht jetzt nur reinschleppend war, es ist so mit Tempo, aber es ist eben auch nicht, es hat eben auch nicht diese ewig ausladenden Tracks, wie der Doom heute stellenweise im epischen Bereich irgendwie wildert, aber es ist auch nicht unepisch. Es hat auch hier die zurückgenommene Epic, die Epic liegt so in diesen relativ einfachen Songstrukturen, klingt aber gut, alles ist wunderbar da, Bass, Schlagzeug, die Gitarre hat einen wunderbaren Klang, auch eben dieses leicht Hypnotische, was der Doom eben kann und eben dieser Chesa Swanson, der gefällt mir eben deswegen sehr gut. Ich habe ja mal über Full Moon gesprochen und über Widow, so ein bisschen diesen zurückgenommenen Gesang, der sich eigentlich eher in die ganze Band irgendwie integriert, ohne jetzt vorzustechen, ohne aber auch irgendwie mit Hall aufgepimpt zu werden oder auch im Soundmatch zu verschwinden, denn Soundmatch finden wir hier überhaupt nicht. Und das ist natürlich, das ist nichts für Hipster. Hipster, das meine ich jetzt auch nicht despektierlich oder bösartig, ich meine einfach diejenigen, die irgendwie einfach mal, weil ein Sound gerade in ist, so mitnehmen, der Doom, der hier gespielt wird, der ist nicht in und auch der Doom hat sich so entwickelt, der wird nie im Mainstream ankommen und trotzdem ist der Epic Doom doch, der hat sich jetzt so in den Metal Genre so etabliert, dass es jetzt auch nicht mehr einfach nur reiner Underground ist. Hier ist es allerdings schon so, das ist eine Schiene, die eben gar nicht so in diesen Mainstream, in diesen modernen, die moderne Tonalität des Doom, was der Doom heute hauptsächlich macht, der Doom Metal irgendwie reingeht und auch gar nicht so retro ist wie die 70er Jahre Bands, die wir ja auch in den 2010ern, 2011 und so weiter hatten, mit The Devil's Blood, mit The Oath, mit Lucifer und so weiter. Also es ist, manche mögen sagen, das ist Retro-Sound, weil es eben so zeitlose 70er Jahre und trotzdem ist es nicht aus den 70er Jahren, weil die Retro-Bands machen das ja. Retro-Rock, Vintage-Rock, der hat ja wirklich versucht, so diesen Klang der 70er Jahre, Jefferson Airplane, so diese Okkult-Rock-Schiene zu bedienen. Das ist ja jetzt eben auch nicht der Fall. Es ist natürlich trotzdem kein moderner Sound, wie man ihn heute kennt und keine moderne Spielart, aber das soll ja eben auch so sein. Dieser Doom ist deswegen zeitlos, weil er sich irgendwie einreiht in die genannten Klassiker. 2014 hat sich die Band in Santa Rosa in Kalifornien gegründet, hat eine EP rausgebracht und ich weiß jetzt nicht wirklich viel über die Jungs, weil das ist ein Debütalbum und das ist auch deswegen, jetzt kann man natürlich sagen, wenn ihr das euch anhört, dann werdet ihr sagen, ja, das ist jetzt aber keine Überscheibe. Warum ist das jetzt das Album der Woche? Wir befinden uns noch im Januar. Das Jahr beginnt jetzt allerdings, erst Fahrt aufzunehmen. Nächsten Freitag wird es für mich ein bisschen schwieriger, das Album der Woche zu klassifizieren, denn man merkt jetzt, dass die Leute und die Bands schon aus ihren Schlupflöchern kommen und aus ihren Fuchshöhlen kommen und langsam ihre Alben vorbereiten. Und ja, wir hätten jetzt noch andere Veröffentlichungen gehabt. Ich musste schon auswählen, aber Bands wie Lord Mountain, die schlüpfen eben auch gern mal durch, weil sie eben nicht so viel Presse bekommen, weil sie jetzt, wie man so schön sagt, das Rad nicht neu erfinden. Und das ist einer, wir kommen bestimmt irgendwann mal dazu in einer Sendung, die dümmsten Idiotensprüche, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und ich lese das ja in Rezensionen oft. Die Band XY erfindet mit diesem Album das Rad nicht neu, aber... Und naja, klar, wieso sollte man das Rad neu erfinden? Das Rad ist perfekt, wie es ist. Und es hat tausend verschiedene Inkarnationen und funktioniert einwandfrei. Und so ist es natürlich musikalisch für mich auch. Es gibt Musiken, die muss man nicht neu erfinden. Die sind genau das, was sie sind und wollen das vielleicht fortführen, was da ist, ohne, ja, ohne jetzt irgendwie Sachen zu wiederholen. Obwohl natürlich, ja, die Riffs kommen einem natürlich irgendwo bekannt vor. Das ist natürlich, das bleibt natürlich auch nicht aus. Aber mir sind solche Bands lieber als die Bands, die zwanghaft versuchen, irgendetwas noch nie Dagewesenes zu kombinieren, was in den meisten Fällen nur klapperer Datsch ist. Und das ist natürlich eine Musikrichtung, die ich mir jetzt auch nicht alle Tage auflege. Man muss in der Stimmung dazu sein. Aber Lord Mountain bedienen das, was bei mir schon so als Grundstein des Old Metal. Das kann man auch irgendwie zum Old Metal zählen. Irgendwie diese zeitlose Klassik von Rock, von Doom, von diesem Doomhead-Sound, der jetzt eigentlich gar nicht so dieses Ultraschleppende bedient, sondern einfach irgendwie den Early Heavy Metal irgendwie abzeigt und neu gestaltet, neu für sich kombiniert. Eine Band, eine junge Band, die diesen Early Metal eben neu für sich entdeckt. Und deswegen gibt es von mir von fünf möglichen Kuhschädeln, die wir hier beim Album der Woche immer haben, 3,5 Kuhschädel. Wie gesagt, es ist eine Band, wie Idiotenköpfe sagen, das Rad nicht neu erfinden. Aber das Rad muss nicht neu erfunden werden. Wer auf klassischem Doom steht, auf Old Metal als auf Early Doom, auf diesem klassischen, nicht mal so sehr traditionellen Doom a la St. Vitus und so weiter und Trouble, der ist hier trotzdem richtig. Also das ist schon diese Schiene, in die ihr gehen könnt. Pagan Altar, Pentagram, natürlich Leute, die immer irgendwie Black Sabbath als Grundgerüst haben, ohne aber eine Band hier zu hören, die Black Sabbath vorschippt. Das war es von mir heute. Und wie gesagt, nächste Woche wird es ein bisschen schwieriger. Und am Mittwoch, kann ich ja jetzt mal vorgreifen, haben wir das Extreme Metal Meeting Ausgabe 1, weil wir haben ja die Eröffnung schon gemacht, die habt ihr ja schon gesehen. Und am Mittwoch kommt das Death Doom Talking. Death Doom Talking mit dem Adrian und dem Mats. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin, keep on rocking!